Das soll ne Scheiß! 1, 2, 1, Patrick, vergang, go! Go! Was? Okay, das ist eine geile Anmoderation von mir. Wir spielen diese Witterhütte und das ist eine Karte, die wir sehr gut können. Kevin freut sich, weil wir dann ein bisschen mehr belagern können. Hallo? Hallo? Das war ekelhaft. Epscht! Hallo, sag mal ruhig kurz. Hallo, Curry, sag mal ruhig, ja? Ja, popp, ja? Alter, jetzt haben wahrscheinlich schon wieder tausend Leute abgeschaltet. Lass uns den Fluglaurier machen! Entschuldigung, Fugazi Curry, mach mal. Fugazi, Fugazi, wie ist das? Okay, ab geht's, komm. Konzentration pur. Da hab ich jetzt den ganzen Abend drauf gewappt. Hey, ich hab doch gar nichts... Dennis hat das doch immer so angekündigt. Ja, aber das war sein Ernst. Kennst du nicht Fugazi, Fugazi? Kennst du nicht? Nee, aber... Hä, von Wolf of Wall Street, man. Bleib doch nie geguckt, Alter. Dobi, Dobi. Ich hab's, ich hab's. Wie dumm bin ich denn jetzt? Ja! Okay, okay Jungs, jetzt komm, komm. Anspannen nochmal jetzt, komm. Bitte. 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 Bitte, Freunde, wie alt sind wir denn? Boah, Alter. So laut, ey. Ey, Fugazi. Buah, Na过, como mir compile. Chibi, cibi, cibi. Ey, seid solche Fugazi, Leute. Lass mal ein Lagerfeuermachen – komm mal, kein Lagerfeuermachen, komm mal, ja? Lagerfeuermachen? Lagerfeuermachen? Lass mal Lagerfeuermachen! Christopher Waren doch ein şey, H het pro x'He, holyanesi. Chibi, chi. Hä, Mort, was für ein Brain ethnicity. Ok Leute, go, go! Tankstelle? Ähm, Garage? Ja, Tankstelle, Tankstelle Nee Patrick, wir kommen von der anderen Seite! Leute! Jetzt ist es aber mal gut hier! Wie alt sind wir denn? Braucht du das so weit? Ich kann nicht mehr spielen! Was ist denn jetzt los, Alter? Ich hab ja noch gegen die Eier gezählt Ich hab noch was in meinen Augen Ich seh Wasser in meinen Augen Ich weiß das mit der Aussage Ok, go! Tobi, Tobi, guck mal hier! Hör mal, ich kann der Wand springen Hör mal, Tobi, hier! Josef! Patrick, du weißt, was du zu tun hast, ne? 3, 2, 1, go! Patrick, fängt an! Okay Patrick, geh in Deckung! Was ist das denn? Jawoll! Nein! Oben, die Treppe! Nice! Einer ist da noch! Der ist da, Patrick, genau da! Ah, die Granate wird gekillt Ich weiß nicht, wo es ist! 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 Mit Sicherung des Beelches Fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert wird! Echte Seite! Alter, was macht ihr da? Alter! Pummelt ihr euch da gegenseitig, oder? Wir werden die Hunde euch holen können! Ah, fuck, man! Mann, ey! Ich hab nichts mehr gehört, Dennis! Der Tobi! Der Tobi! Der Tobi! Der Tobi! Der liegt da an der Mauer! Und sagt so! Boah, voll nice! Guck, Alter, von oben! Du siehst so wieder durch den Gegend fliehen! Wir machen wieder Esszimmer! Ey, nein! Esszimmer, Alter! Dann sagt er so zu mir, Ey, von oben! Tobi, du brauchst, wir brauchen Puls! Weil ich so lachen musste! Und dann kommt der Typ da um die Ecke und spread mich einfach weg! Aber ich hab gar nicht mehr gespielt, ey, weil ich einfach so... Ja, das hab ich gemerkt! Highlight fand ich immer noch braun, sogar zum Anfang! Oh, lass mal Lagerfeuer machen! Wir stehen direkt vor einem Lagerfeuer, weißt du? Echt? Ich meine, er darfst uns alle hin! Das Geilste war heute... Tschüssi! Oh, nee! Okay, ab geht's! Tobi, machst du wieder Küche, ne? Ja, sicher! Doch, wir können's noch retten! Wir können noch alles retten! Wir können noch Meister werden! Ich trage ja ne Brille, ne? Ich brauch grad echt den Scheibenwischer, ey! Nice! Okay, die wissen, wo wir sind! So, da wird auch nie alt, ne? Ne, da wird nie alt! Hier war ich gerade angebracht! Wer war kattiert? Eins hab ich! Drei haben wir! Geil ist, der Curry lacht nie mit, ey! Doch, ich hab grad gelacht! Der einzige, der gelacht hat! Okay, Leute, go! Der Curry singt immer Purple Rain! Purple Rain! Du hast nur Gefahrgutbehälter lokalisiert! Ach, Doren, aber ich liebe dich doch, Mann! Ach, Doren, aber ich liebe dich doch, Mann! Sag mir Bescheid! Okay, seid ruhig, ihr kleinen... Ja! ...Flecher! Ben hat sich wieder ein Glory Hole gebaut! Fenster, Fenster, Fenster! Okay! Ah, das war so schön jetzt gerade! Ja, die kommen hier, Dennis! Ja, die kommen hier, Dennis! Hat sich doch anders entschieden! Hier, ne? Ben! Ja, ja! Ich suche nach Feinden! Ah, die besten Lacher gibts immer in den ernsten Spielen, ey! Das hab ich echt gelernt! Hier fährt irgendwo so ein Porsche durch die Gegend, aufpassen! Ja, der ist hier, Dennis, bei mir! Hm? Und sie beheert! Ey! Okay, ich glaub, Fenster haben sie sich... Wir haben sie auch keinen Bock drauf! Ähm, hier kommt grad ne Drohne! Okay! Aber ich wusste es! Haben sie einfach so... Okay! Oh, Schild! Schild! Nice, Patrick! Was ist da noch, Patrick? Ja, Mann, die Schlamp haben wir! Alter, ich lauf jetzt nur noch mit dem Herzschlag-Sensor rum, Alter! Da krieg ich immer fünf Punkte, Mann! Wenn ihr einen killed! Der Hände... Kommt jetzt einer rein, glaub ich! Äh, über uns! Alles klar, ich bin tot! Mehr doch nicht! Okay, ich bin mal hier weg, ne? Wir sind platziert! Ähm, Fuse, wahrscheinlich nochmal? Ja! Tschüss, Curry! Ne, ich lebe noch! Alter, mich hat einer angefurzt! Heckt da, Dennis! Der ist da einer, rechts, rechts! Ja, ich seh nix! Links! Da ist da auch einer auf der Seite, Dennis! Oh, der läuft weg und der schießt mich, weißt du! Am Fenster oder was, Ben? Am Fenster? Bei der Tür, bei der Tür! Alter, wie hält der denn aus? Ey, wo denn? Der ist sich... Alter, du Fix... Fix-Ding, Mann! Hä? Du Fixer! Du Fixer! Alter, da kommt der Twitch da unge... Ach, fuck, ey! Dennis, das war auch gerade... Wild Philipp gehört ja wieder da jetzt schon, der überlebt hat! Junge, die haben mir Furzgas ins Gesicht! Okay, ich hab die Tür! Ich hab' ich's mir gesehen, Ben, ey! Ich dachte, der läuft jetzt direkt in seinen Tod, weißt du! Aufpassen, hier ist die Luke kaputt, ne, in der Küche! Ah! Patrick, hast du das? Von, äh, vom Lobby! Von Wohnzimmer aus! Ja... Ja... Wurde gar nicht, dass da kaputt war, ey! Oben links! Oh Gott, Alter! Achtung, Patrick, durch die Luke bei dir hinter dir kommt einer! Ja, ich hab's gesehen! Oh mein Gott! Was war das? Links, der ist links nach links gegangen! Ich bin... 2 gegen 2! 2 gegen 2! Einer ist oben an der Klappe... Ich glaub, meine Pain ist sicher pealed! Wolltest du dir den... Dennis, den Luke hab' ich! Genau, geh du lieber nach dem! Wo soll ich jetzt hingehen? Markier mal wo in welche Richtung? Rechts! Genau, da bei der Tür! Da ist er! Ja! Okay, jetzt ganz ruhig! Der ist eh schon nicht mehr an der Luke, denk' ich mal! Ne, ist er auch nicht! Nicht vor... Der ist aber oben, oder? Die Runde holt ihr, Mann! Der oben, oder? Guck mal, der ist bei mir! Sag mal ruhig, der ist bei mir! Der ist hier! Warte, ich hör mal kurz auf! Der hier eigentlich der Typ ja die ganze Zeit! Ne, lass mal! Jooo! Hat sie erstmal Kapkan reingerangern! Geil! Reingrall! Reingrall! Sauber, man! 1,1! Wir sind wieder da! Schöne Runde! Super! Kapkan, bei offener Tür ist immer gold wert, ey! Nice! Allaaa! Weiter geht's! ich bin gestorben innerlich ich war komplett aus ich war komplett außer kraft gesetzt die klippen echt bei dieser szene hatet also den geist wie bei der revenant die eier ab der revalent wie so ein rap song alter hoffentlich sind in der küche bitte keller ist leer so alter erich ja küche bitte seid in der küche aber die sind gar nicht in der küche ja du solltest ins bett gehen wo sind die denn dann ey was ist denn jetzt los was ist denn jetzt hier los leute was denn ja dann können die mitlachen einfach ist so lustig er doch erich 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 ich lache aber eigentlich gar nicht deswegen sondern irgendwie ich habe keine ahnung wo sind denn die jetzt haben wir die gefunden oder was nee geil aber geil richtig nice hör mal wir sind die richtig geile crew also ich dachte du bist der pro hier aufpassen ok ja genau da steht einer hinterher und ich dachte der wurscht oder der pro hier machst du da alles auf ich habe heute so viel gelacht dass ich glaube ich 15 kilo aufgenommen habe das reicht für den monat jetzt nicht ah hier hier leute ja da sind sie drin alter ach du brauchst sie boah ben ey nein hast du gesehen curry warte auf curry es ist ein cup hier immer curry das ist ein cup cup curry vorsicht ja ich will den hier töten du musst denn ich mach das warte noch nicht ne 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 jetzt gleich warte wo sind die alter ich glaube oben curry ich glaube oben ich roll nochmal mit der kamera die sind doch hier bei uns oder nicht bin ich bei euch da oder was ja im keller und oh da kommt immer noch oh alter hä was hat der denn gemacht Alter ich kann grad schon wieder kotzen ey wie kam der denn da raus geflogen der kam da runter wo seid ihr ach denn ist auch schon wieder tode ja wir können nicht einfach hier runter rennen da sind auch Gegner ja hier bei mir der ist jetzt aber runter gerannt also oben müsste ja die sind auf jeden fall unten da ja wenn du sagst wenn ich jetzt sterbe wegen der Tür dann weiß bescheid also ich glaub dass die dort ich hab nix gesagt ich bin tot ok warte warte immer die zwei gleichen Spassies die tot sind hä von wo hinter die oben hinter dir curry pass auf der jumpt immer runter curry pass auf das hat er bei mir auch gemacht der raum ist da ne guck mal zwei minuten noch wir haben Zeit kommt der von oben der muss von oben kommen irgendwo ja ok ich hab dir nämlich ich hab grad oben die treppe nämlich ich hab die treppe äh mit der kamera noch im weg ok die treppe wo du grad gestorben bist ja ok also kommt keiner oben ne ne rückst du mir n Wein mit curry geiles wir können jetzt hier nix machen doch wir müssen sprengen ne komm hier nicht durch oder ok Patrick behalt die bitte im auge mhm hab ich ja nice Trotze sauber alter jo nice Patrick hast du die treppe noch? jo mhm das hätt ich gerne gesehen ey ja ich hab einen mitgenommen scheiße ja ich hab einen mitgenommen scheiße oh meinet das war schon wieder so unnötig ey wenn ich dann hol das ne gar nicht mach das ist gut ey 1-10 1-10 Alter hoffentlich haben die jetzt nicht gesaved hier packt er seinen futze da aus dann bin ich am Arsch oah ey am Arsch ja fickt euch der kommt die treppe der kommt die treppe ja ich bin eh woanders schon ok ich muss da jetzt ich muss da jetzt durch Patrick ist heute da musst du durch wo kommt geht der jetzt in den keller? nein der ist nicht der kameras kaputt der ist aber noch nicht runter gegangen der ist aber noch nicht runter gegangen leckt mich der hat doch da ne seite wahrscheinlich das wartet jetzt schon und dann auf dich ok warte 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 oben war da oben gerade ne sauberkörig boah 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 wie dumm der einfach ist der hätte einfach nur warten müssen 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 ja das ist halt wieder dummheit ne ja das ist aber geil weil du weißt ganz genau die kommen jetzt du bist geiler da sauber Jungs jo danke jetzt gibt's Geekse boah 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 mach mal mach mal Esszimmer wieder komm kaputt ey Esszimmer das kann ich kaka ich bin einfach nur fällig merkt man gar nicht mit 2 1 aber jetzt nehmen wir noch mit da und dann ist gut ey ja genau dann machen wir noch 5 runden und dann gehen wir ins Bett ja fach für den Spasti ey der hat ja sonst keine Hobbys ne ja was geht mit dem ja ich muss heute irgendwie lachen der Curry ist ein laufender Zahn einfach nur ja ja genau mit so zwei Augen alter ja okay ab geht's oooooh ey scheiße ich hab den Herzschlagsfenser nicht genommen Curry weil du nichts gesagt hast nein du hast Puls nicht nein okay aber ich save Fenster aber die gehen eh nicht ans Fenster glaub ich diesen Schäublehnung der Curry doch ich save jetzt das Fenster man du machst halt nicht Curry was ist ein Raster nicht 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 zu man Dennis hey Curry tut mir leid hey reiß dich wieder ein die Verstärkung ist jetzt angesagt das ist ein Rinder das ist ein Rinder wie sieht's hier aus wenn wir immer so was ist denn jetzt da der kriegt die ganze Zeit jeweilige Stromschocks alter naja und als Kind das Wende da ist herweigehat ey Dennis haben so früher mal ein Schnitzel umgebunden das für nächstes der Hund für den Spiel da Aktion Phase Curry ich schreibe doch lauter die Nachbarschaft Bescheid weiß Aktion Phase ey Cleve wohnt doch keiner Cleve nehm dir mal Kleingeld mehr an Tobi Tobi hey Aktion Phase hey Curry aller die Ballern schon richtig geschwügt der alter nice Bronze sauber das Arschlocher nice Bono der Patrick von Unmotivierte wenn darf ich immer in den Himmel schießen dann springt sie weg Hallo warte jo baldee ja Bronze ja Bronze alles los ne das ist gar nicht also ich glaube hier kommt keiner mehr die haben Angst ja oh wärst du denn der sicher Bronzivility hä bronzen nur Titel ich bereite ein Messchen vor ich bereite denen ich hab Fenster ja weinflaschen wenn macht sich da sein 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 Messlabor nebenbei auf ey ich hab die Weinflaschen kaputt gemacht was alles da ja ich sag dir das griechischer Wein wer war das? warst du das Tobi? ja ok ich glaube ich stehe durch die Luke gleich oder so ah Tüchee einfach mal ab und zu müssen die Runde auflockern aber sind die noch am Start oder was? Kekse ich fress wo ist der Ben denn schon wieder unterwegs? der ist tot der ist tot hey warst du oben Ben? ja der ist oben genau der ist aber mal spazieren gegangen wir müssen aufpassen auf die Luft aber wir haben ja die Abwehr ja ja alles aber die saven nicht alles da ist sicher dann musst du den Curry mitnehmen ey hast du die Bohnen? die Bohnen nein hab ich nicht ich hab sie ich hab sie oh der ist hier runter gekommen hier da ist einer runter gesprungen what? wo ist einer runter gesprungen? da ich hab's doch gerade markiert alter alter immer auf die Markierung achten Peniskop man und dann nehmen wir uns alle an die Hände und haben uns lieb was ist denn jetzt da mit dem du bist tot ja Gottesdienst oh mein Gott ich sing's los hol ihn dir Curry was war das? oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich wurde entdeckt ich wurde entdeckt nein machen sie gleich die andere Luke kaputt ich wurde entdeckt alter wo ist hier der 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 ist hier er kappert Loch ich hab die rechte Seite Dennis ich hab die neu erwischt ich hab die neu erwischt du Wotzi easy going wollte sie auf jeden Fall noch mitnehmen die alte guck mal hier oh boah das hat aber Glück gehabt ne boah das sind die Waffe weggeflogen ooo sauber eine Runde noch kommen ade 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 ma Srg im Vorgarten keinen Bon auf dem Lager Small Eye mal Twelve vark Wie siehst du denn jetzt aus g층 mal auf pass auf mit deinem Pugh man richtiger glott land wisch das gie kann die geile Brille auf auf ich lege euch mal aber die PG PZ Brille das ist so bäm und ich auch ile So, ich hab dich schon mal gesehen, aber ich wollte nicht sagen, du bist voll hässlich. Okay, Jungs, abgehend! They keepin' rollin! Äh, war das denn jetzt noch? They keepin' rollin! Man hört nur ganz gut. They keepin' rollin! Ah! Dooooolin! So, ich bin Kapkan an der Eingangstür vorne? Juri! Ja? Warum ist immer so schön, ey? Ich glaub, die sind wieder im Keller, oder? Ja? Ja, natürlich sind die wieder im Keller! Juri! Alle im Keller hier, Mann! Keller, Jungs, Alter! Oh, ist richtig Keller, Alter! Bats, Junge! Ihr Batschtadig! Vor drei Jungs hinterm Schädel so liegen! Jups, cool! Okay, ab geht's, go! They see me rollin! They hatin! Runnin' it! Runnin' it! Ist das ne indische Version, oder was, Guri? Li 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 li! Äh... Okay, vorsichtig! Guck! Geh, Patrick! Ja, die haben Strom! Vor EMP! Achso, die haben Strom! Haben wir EMP? Ja, wollen! Dann komm mal hier zu uns, Tobi! Ja, ich bin auf der ganzen anderen Seite, Alter! Ja, kein Ding! Wir haben drei Minuten noch! Dreieinhalb! Warte, ich komme rüber da! Okay Tobii, du kannst gleich springen, alter Patrick, ne? Dann kann ich mich hier hinlegen, oder? Ja, 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 oh. Okay, Patrick. Schau mal unten einen rein hier und noch mal das Flash nachher, Alter. Ich hab gleich noch das Flash, sauber. Sag mal bitte, wenn ihr springt. Sag mal bitte, wenn ihr springt. Jetzt. Wir springen jetzt. Wir haben keine Geisel, ne? Nein. Drei, zwei, eins, Schuss. Hä? Da war direkt einer. Fuck! Spatz. Werter Rauchgranate. Werter Rauchgranate. Werter Rauchgranate. Da ist noch einer drin. Warte, Patrick, ich hab die Tür. Der ist auf mich fokussiert, Jungs. Hol' euch den doch. Alter, ich war abgeknallt. Der ist voll auf mich drauf, guck mal. Ja, aber hier sind noch andere. Geh rein, da. Fuck! Oh, sie hol' ich! Nein! Curry! Oh, Curry, dass mein Arsch drin bleibt. Einfach drin bleiben. Einfach drin bleiben. Achto Curry. Hab ihn. Bam, Alter. Noch einer. Yes, wir haben das Ding. Easy going. Hä, tötet ihn noch? Hä? Wen denn? Hä? Da ist noch einer in dem Raum. Ist das euer Ernst gerade, Alter? Ich hab niemand gesehen. Jawoll. Ich hab niemand gesehen. Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt da los? Also, was ist denn da für eine Eskalation da? Also, ich will ja nicht sagen, aber das war knapp, ne? Ja, wir haben aber gewonnen. Wir haben gewonnen. Und jetzt alle. They see me rolling. They hate'n. They hate'n. Bada-bada-bam. They fight'n. We're riding in. I dirty. Give me riding dirty. Give me riding dirty. Give me riding dirty. Okay, Curry, 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 Curry. Ja. Tschüss. Ja, fiese Fuse. Fugazi, Fugazi, Fugazi.